Wir Deutschen, wir lieben ja die Quizshows. Das heißt also, ich möchte gleich mit einem Rätsel beginnen. Im marktbreiten S&P 500, dem wahrscheinlich wichtigsten Aktienindex der Welt, befinden sich wie viele Aktien? 500 ist die richtige Antwort. Von diesen 500 sind nicht alle gut gelaufen. Tatsächlich sind im S&P 500 nur, kriegen wir es richtig hin, sechs Aktien besser gelaufen als Apple. Immerhin das größte Unternehmen auf diesem Planeten. Sechs. Was das bedeutet, da gehen wir gleich drauf ein. Aber ich möchte euch diese sechs Aktien mal zeigen. Denn gerade für aktive Anleger und für Trader sehen sie ganz spannend aus und man sollte sie kennen. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Bevor wir gleich über Apple sprechen, beziehungsweise die sechs Aktien, die besser gelaufen sind als Apple, ein kurzer Hinweis. Ich bin gestern im Erichsen-Video, also auf dem anderen Kanal von mir. Die meisten von euch werden ihn kennen. Ein bisschen in Schwinden gekommen zwischen Anlage und Investment, Tradermacher-Kanal und Erichsen. Also seht es mir nach. Vielleicht muss ich auch mal ein paar Wochen Urlaub machen. Oder vielleicht auch nur ein paar Tage. Wie dem auch sei. Als Reaktion auf das Video. Dort ging es darum, dass aus Sicht von David Hunter Silber noch in diesem Jahr auf 60 US-Dollar steigen würde. Gold über 3000 US-Dollar. Habe ich sofort einige Nachfragen bekommen hinsichtlich der Investierbarkeit. In Silber an den Rohstoffmärkten direkt in Futures zu investieren, kann man machen. Ist aber wirklich nicht jedermanns Sache. Deswegen werde ich im Report, im Erichsen-Report, ich blende es euch einmal ganz kurz ein, lars-erichsen.de Dort wird es am Mittwoch, pünktlich wie immer, kommt der um 7 Uhr morgens, Stichwort Urlaub, werde ich darüber sprechen. Also erstmal die Unterschiede zwischen Gold und Silber. Die Märkte sind nämlich nicht gleich. Der eine ist deutlich kleiner als der andere. Von daher muss man da im Investment auch anders rangehen. Aber man kann das relativ einfach handhaben. Es gibt auch Alternativen zu dem sogenannten Xetra-Gold. Also all das im Report. Und am Mittwochmorgen, wie immer, könnt ihr euch viel eintragen. Ist vollkommen kostenlos. Und das bleibt auch so. So, und jetzt möchte ich mit euch schauen auf diesen Artikel. Der hat mich nämlich motiviert, beziehungsweise hat mich dazu gebracht, darüber zu sprechen. Apple is on the roll. These six stocks you probably don't know have done better. Vom 30. Juni ist der Artikel, ist aus dem Barron's, ist kostenpflichtig. Deswegen gehe ich jetzt nicht die ganzen. Also das Barron's, da gibt es ein paar freie Artikel und ein paar, für die man bezahlen muss. Müsst ihr in diesem Fall nicht. Denn die sechs Aktien, die zeige ich euch hier jetzt nicht, sondern die zeige ich direkt am Chart. Man muss dazu eines festhalten. Und das ist etwas, über das wir uns ja schon seit Wochen immer mal unterhalten. Das ist schon außergewöhnlich. Das also die größte Aktie. Nach wie vor ist das Apple und zwar mit einem gewissen Sicherheitsabstand auf die Verfolger, das ausgerechnet die fast am besten gelaufen ist, erklärt a, warum der Index selber so gut gelaufen ist. Also wir schauen uns Apple natürlich gerne einmal an, wenn wir schon so viel darüber sprechen. Sieht einfach sauber aus. Man kann es nicht sagen, der Ausbruch hier und dieser blaue Pfeil ist, kann auch Wunschdenken sein. Ja, das stammt jetzt aus, meine ich, aus dem Leser-Webinar oder vielleicht auch aus dem letzten Video hier. so oder so, wenn, und das war in der Vergangenheit, haben wir hier auch schon besprochen, wenn der Ausbruch kommt, da wird es wahrscheinlich auch ein neues Allzeitdruck geben. Und genau so ist es gekommen. Dieser blaue Pfeil ist, naja, wenn man in so eine Bewegung einsteigen will, dann ist es ganz schwierig, zum neuen Hoch einzusteigen. Es gibt zwar entsprechende Trading-Ansätze, also Ausbruch aus der Darwachsbox und so weiter und so fort, aber in der Regel kauft man natürlich, zumindest wenn man von einem großen Trend ausgeht, kauft man in eine Konsolidierung hinein. Denen gefallen hat uns Apple per Schlusskurs Freitagabend. Ich bin hier auf Wochenbasis unterwegs, deswegen sind das alles Schlusskurse der letzten Woche. Bisher noch nicht gemacht. So. Und es gibt eben noch einige wenige Aktien, sehr wenige Aktien. Das war also keine ganz breite Rallye bisher. Kann man jetzt so münzen, dass man sagt, naja, genau deshalb wird der Aktienmarkt auch mal korrigieren müssen. Oder man sagt, es gibt den richtigen Schub erst, wenn die anderen mitlaufen. Was ja zum Teil, insbesondere am Freitag, stattgefunden hat. Die Frage soll uns heute nicht beschäftigen, sondern ich wollte mir die anderen sechs Werte, die eben besser gelaufen sind, gemeinsam mit euch ansehen, weil gerade viele Privatanleger eigentlich immer gerne auf die Top 5, 6 setzen. Und es gibt einfach in der zweiten Reihe ganz, ganz viele Unternehmen, deren charttechnische Verfassung ein bisschen sauberer ist, so würde ich es mal nennen. Das muss nicht der Fall sein, aber warum? Alle Unternehmen im S&P 500 sind ausreichend hinsichtlich ja Marktkapitalisierung. Also da ist kein Penny Stock. Da ist genügend Volumen. Da ist also die Gap-Gefahr zumindest mal geringer als bei den Penny Stocks oder den Werten aus, selbst wenn ihr in den Tech Ducks oder so guckt, da finden dann teilweise Umsätze stand im einstelligen Bereich. Also 4.000, 5.000 Aktien gehen da um. Das ist zu wenig für den geregelten Handel. Das kann fürs Positions-Trading interessant sein, das kann für ein Investment interessant sein, aber sonst willst du Liquidität, um gut rein- und gut rauszukommen. Und ohne die ganz großen Kurssprünge. Die werden natürlich rund um die Berichtssaison dennoch stattfinden. Also, die Werte, die besser gelaufen sind, eine Aligned Technology, finde ich auf diesem Niveau ganz interessant. Von den hier Vorgestellten eindeutig eine der Schwächsten. Ja, die anderen sind zum Teil auf dem Allzeithoch und von daher aber vielleicht nicht uninteressant. Auf diesem Niveau befinden sich häufig Tech-Aktien derzeit so aus der dritten Reihe. Also, wir haben ein Aligned Technologies, ist nicht aus der dritten Reihe, sondern aus der zweiten, die sind wirklich groß. Aber wir haben es damit zu tun, eine deutliche Erholung, die aber jetzt so an dem Scheidepunkt ist. Geht es jetzt weiter direkt oder kommt jetzt erstmal eine Korrektur? Von daher würde ich hier diese Unterstützung beziehungsweise die Widerstandszone mal im Auge behalten. Wir sind hier per Schlusskurs letzte Woche eingedrungen und genau hier auf diesem Niveau, auf dem wir im April schon mal gehandelt haben. Ja, ist nicht ganz uninteressant. Ich mag auch diese sich schneidenden, gleitenden Durchschnitte. Ich will es aber heute mal ganz einfach halten, euch nur mit den Kursmustern vertraut machen. Also kann man durchaus mal auf die Watchlist nehmen. Aus meiner Sicht aber eher ein interessanter Kandidat, wenn es einen Breakout zur Oberseite gibt. Denn wenn mal sowas stattfindet, ja, dann halt immer gleich mit richtig Dampf. Also die haben sich vom Tief aus in wenigen Wochen ja, in der Spitze sogar verdoppelt. Volatilität ist der Preis des Risikos, ist aber auch das, was man als aktiver Anleger durchaus sucht. Ein zweiter Wert, von dem gehe ich auch mal aus, den kennen vielleicht noch weniger, aber ein sehr, sehr schöner Chart. Also ich mag Werte, die noch nicht ihr Allzeithoch überschritten haben. Wenn ich sie im Depot habe, dann dürfen sie gerne laufend neue Allzeitbruchs machen. Aber so ein Breakout, Konsolidierung und dann weiter gefällt mir richtig gut. Muss ich sagen, ich bin in keinem der Werte aktuell. Stand jetzt, ich nehme dieses Video auf am Sonntag. Also während ich es aufnehme, bin ich in keinem der Werte investiert und ich werde garantiert auch nicht jetzt kurzfristig einsteigen, am nächsten Tag wieder aussteigen. Also wenn, dann ist das hier Swing Trading über Wochen. aber ich möchte es einfach mal so stehen lassen. Das sieht interessant aus. Stop! Wir gehen nicht zu sehr ins Detail, aber ergibt sich hier meines Erachtens aus dem letzten Tief. Das darf nicht unterschritten werden. Ihr handelt, wenn überhaupt, ja, nach eigenem Gewissen, nach eigener Überzeugung. Ich kann hier nur Werte vorstellen. Ich kann meinen Standpunkt immer mal darstellen. Jeder aktive Handel an der Börse bringt enorme Risiken ein bisschen zum Totalverlust mit sich. Das hier ist nur eine Informationsveranstaltung 0,0 Empfehlung. Monolithic Power oder Lithic Power müsste man wohl richtiger sagen. Finde ich von all den Werten am uninteressantesten. Stand jetzt kann durchaus sein, wenn man sich das hier anschaut in der Vergangenheit, dass das hier dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt durchaus interessant wird, weil diese riesigen Seitwärtskonsolidierung haben wir zum Beispiel auch mal in Google gesehen, fast anderthalb Jahre, wenn die zur Oberseite verlassen werden, dann meist recht schnell, weil so viele an der Seitlinie stehen und sagen, okay, sieht man das vielleicht noch bei Google, okay, das ist momentan nicht so interessant, aber wenn dann, und man sieht es noch so im Ansatz, Anfang 2023, diese Seitwärtsbewegung, ich meine aber eigentlich eine frühere, da haben wir es auch schon eine ganze Zeit lang gesehen, aber wenn dann die Trendbewegung kommt, dann geht es halt echt schnell und von daher, ja, kann man vielleicht auf der Watchlist lassen, wenn man das mag, aber momentan sieht das noch nach Seitwärts aus. 40Net, 40Net sieht gut aus, das ist ein Ausbruch, unabhängig jetzt von irgendwelchen Davos-Boxen, der prozyklisch ist, solche Ausbrüche, sehr häufig gibt es dann nochmal eine Konsolidierung, also ein Testen des Ausbruchsniveaus, das muss nicht kommen und dann gehen die Sachen auch manchmal an einem vorbei. Also es braucht schon sehr starke Trends, um mit der, ja, also wie gesagt, unter Berücksichtigung verschiedener anderer Indikatoren können 52 Wochen Hochs interessant sein oder auch neue Allzeithochs, aber grundsätzlich mal zu sagen, ich kaufe einfach neue Allzeithochs, da gibt es sehr klare Statistiken, wenn dann der Trend sich deutlich weiter fortsetzt, dann ist das gut, klar, dann ist die Alpzeit hoch und es geht einfach weiter, aber es ist keine besonders smarte Herangehensweise, wenn man diesen, wenn man sich dieses Trend nicht ganz sicher ist und wenn, ehrlicherweise, kann man es auch direkt im Index dann spielen, da muss man ja nicht auf die Aktien gehen, das ist zwar dann ein Outperformer, ja, weil Nasdaq 100 hat ja definitiv und der S&P 500 auch noch keine neuen Hochs erreicht, aber grundsätzlich mal ist der Ausbruch natürlich Bullish, ja, zwei fehlen uns noch, Copart, sehr, sehr starke Rallye, keine Frage, muss man ja immer im Verhältnis sehen zu der Vergangenheit, im Übrigen Wert, mit dem ich mich, ganz ehrlich, es gibt nicht so allen, ganz so viele Werte, mit dem ich mich nicht intensiv beschäftigt habe, das hier ist einer davon und hätte ich mal durchaus machen sollen, ich habe, ich finde, auf diesem Niveau hast du halt ein schwieriges Chance-Risiko-Verhältnis, ja, du kannst natürlich noch darauf spekulieren, dass es, die Aktie noch über 100 steigt, kann auch sein, du kannst dir einen Stop setzen, aber der Trend ist schon ziemlich steil gewesen, interessanter wäre, ja, das ist ja ein reines Wunschdenken, deswegen hat man ja so eine Beobachtungsliste, eine Watchliste, nicht in der Überzeugung, die Aktie muss jetzt dahin kommen, sondern ich habe eine Watchlist von 100 Werten oder mehr und wenn dann 4, 5 oder 6 mein Wunschszenario für einen Einstieg, ja, ich möchte, dass die Aktie ja da kaufen, wo ich das sage, erfüllt, dann ist das schon viel und es gibt in Marktphasen, in denen das alles auch nicht passiert, aber, wenn wir hier noch ein bisschen steigen, wenn wir hier noch eine Konsolidierung bekämen und zwar in diese Richtung, das wäre nämlich das alte Allzeithoch hier, das wäre, meines Erachtens sehr schön. Wenn ich den Wert dann da kaufen könnte, dann wäre das ganz interessant, dass ich ihn selten mit Limit, das heißt, ich möchte dann auch erst sehen, dass die Käufer wieder in den Markt kommen, ich bin ganz selten der Käufer im Tief, wenn dann zufällig, bei Bitcoin beinahe immerhin erwischt, jetzt bei 25,5, aber auch da war Bitcoin, glaube ich, noch 500 Dollar tiefer, also das ist nicht unbedingt das Ziel, ich muss nicht der erste Käufer sein, ich möchte dann eine gewisse Form der Stabilisierung sehen, momentan sieht es aber danach aus, als ob die Aktie einfach weiter steigen könnte und die letzte, auf die wir schauen, sind On, nicht die Laufschuhe, das ist die On Holding, glaube ich, die Mannen, die gehen ab, wenn man überlegt, von nichts auf Milliardenbewertung, tja, Roger Federer, was soll man da noch sagen, es geht um die On Semiconductor, finde ich auch nicht uninteressant, allerdings sieht man hier sehr schön, dass der Wert einen gewissen eigenen Rhythmus hat, also eine Art von Ausatmen, Einatmen, ja, denn sonst würde dieser Trendkanal nicht entstehen, ich lasse ihn jetzt mal uneingezeichnet, also ihr habt hier eine Reihe höherer Hochs, eine Reihe höherer Tiefs, das heißt also hier, wer diesen Wert interessant findet, sollte dann eher bei dem nächsten Tief, ja, irgendwann kommt aus so einer, ein Trend kann sich natürlich auch verstärken, dann gibt es keine Konsolidierung, aber interessanter ist dann natürlich, wenn du dann das nächste Ausatmen zur Unterseite kaufst, bevor es dann weiter wie vorher geht, so, das waren einfach mal sechs Werte, rein charttechnisch unter die Lupe genommen, die sechs Werte, die halt in den letzten Jahren beziehungsweise seit, gucken wir mal, seit Jahresanfang besser gelaufen sind als Apple. Und abschließend, wenn ihr sagt, gerne ein bisschen mehr als nur, man muss ja in ETFs investieren und kaufen, wenn die anderen verkaufen und so weiter, also wenn ihr sagt, solche Trading-Informationen, wo es tatsächlich mal darum geht, dann auch in diese Materie einzusteigen, das interessiert euch, das interessiert euch auch weiterhin, dann würde ich mich über eure Unterstützung freuen und damit über euer Abo hier des Kanals und denkt dran, die Alarmfunktion, die sorgt dafür, dass ihr dann ein Video beziehungsweise ein Hinweis geschickt bekommt, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.